Er ist ausgedrängt. Wir geben dir mehr Eis. Alles unter Kontrolle, aber keine Links mehr, keine Hex. Soll heißen? Errana weiß, was wir wissen. Jag ihn. Könnt ihr ihn nicht übers Netz erledigen? Er ist bestimmt mit dem Van verbunden. Ich kann seinen Schutz nicht durchdringen. Du musst ihn finden, ihn stellen. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn habe? Sag ich dir dann. Okay, Teil 2. Quasi. Der Agent versucht dich zu blockieren. Die Animals kommen gleich. Durch den Aufzugsschacht zur Lobby auf der linken Seite. Hey, keine Angst, Häschen. Oh, Mann. Nichts mehr. Nichts mehr. Nichts mehr. Nichts mehr. Nichts mehr. Nichts mehr. Ich muss hier auch noch klettern. Mann, was ist das hier? Dein Light? Alter Scheißdropf. Komm schon. Ich verspreche auch, dass ich dich nicht kalt mache. Ich verspreche auch, dass ich dich nicht kalt mache. Hey, Kai-Nar. Ja. Kehren sie um. Okay, auf jetzt. Was ist los? Du kriegst gleich Gesellschaft. Es kehrt sie sofort. So schlimm, hm? Sie muss eine Schwarzstelle haben. Kümmer dich um Sasquatch? Und das kann ich nicht mal machen, oder was? Finde den Agenten im Kino. Witzig, und ich wollte am Anfang noch sagen, ob es den Kino gibt in der Wall? Keine Ahnung. Weiß gar nicht, warum ich das sagen wollte, aber... Komm schon, trau dich! Scheiße, warum lebt die noch? Wow! Ey! Gefällt dir das? Ach! Hammer gegen Hammer... ich hänge fest! Alter, wo... Scheiße, und jetzt? Alter, das mit dem Ausweichen funktioniert halt einfach nicht richtig. Ich bin bereit für etwas Spaß. Placid, was ist los? Entschweifel ich an. Bleib konzentriert. Ich kümmere mich. Der Linie statthalten können. Er ist im selben Subway für die Alpha. Erledige es. Der Linie stattdessen kann. Der Linie stattdessen kann. Der Linie stattdessen kann. Der Linie stattdessen kann. das war doch ein ganz spannender Kampf, fand ich gut oh komm, Kino ein Western ist irgendwie so weit weg von dieser Stadt hier zeittechnisch einfach mit Pferden in der Wildnis oh, hey, sachte was hast du gemacht? jetzt können wir ungestört reden hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt uns etwas Zeit verschafft wenn du was anzubieten hast sag's jetzt gerade wolltest du mir noch eine Nulllinie verpassen und jetzt willst du reden? Nulllinie? nein, nur ausbremsen aber ich hab dich wohl unterschätzt bin nicht hergekommen, um zu reden du hattest den Inspektor, oder? er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt keine Ahnung, was die Voodoo Boys zahlen aber unsere Taschen sind tiefer ich bleib lieber bei meinem ich bleib lieber bei meinem können oh nein alles okay Sekunde du wärst fast verreckt wie der too much information was ist passiert was denkst du denn die wudos haben gelogen du wurdest beschissen du warst ihre gottverdammte kamikaze drohne muss die belohnung für deine hilfe gewesen sein vielleicht war das auch netwatch und die wudos wissen nicht dass ich überlebt habe und placid wischt sich die tränen weg sobald du leben bei ihm auftauchst komm lass uns zum bettys und den scheiß endlich klären der bastard ich hoffe er mag überraschungen das ist auch so dinge sind passiert gut du bist der 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 Ja, da waren wir uns doch ganz gut durchgeschlichen. Okay, gut, dann höre ich jetzt erstmal auf, war eine coole Mission, bis dann.